Wir sind hier in der Studio mit John Norman, herzlich willkommen. Danke. Also nochmal hallo John, schön, dass du da bist, danke. Danke schön. Danke schön. Great. So schön. Und ich denke, das war eine Message, die für alle von uns heute Morgen, als ich kam. Das war ja eine Message, die uns alle irgendwie betrifft heute Morgen, als ich kam. Ich habe mich auch schon so gefühlt. Ich sollte nicht so sein, wie ich bin. Und das war jetzt der Reminder auch für mich persönlich. Und ich würde gerne fragen, dass alle Leute, die online schauen, diese Scham anziehen. Ja. Ich möchte, dass du noch betest, John, dass wir diese Scham auch für alle Online-Leute ablegen können. Ja. Es ist meine Ehre für euch zu beten. Ich hoffe, dass die Message dich heute berührt hat. Und wenn du dich dabei wohlfühlst, schließ mal mit mir die Augen. Vater Gott, wir kommen jetzt zu dir unter dem Namen deines Sohnes Jesus. Wir bedanken dir, dass du der Geber des Lebens bist und von Hoffnung. Und jetzt, ich bitte, dass du unserer Online-Community den Mut gibst, diesen Scham abzulegen. Wie er auch immer groß ist, wie klein er ist. Vater, wie lange auch immer das her war, Vater, du gibst uns den Mut, ihn zu benennen und zu beschämen und auch zu teilen. Vater, ich bete jetzt, dass auch noch mal echtere, authentischere Beziehungen aus dieser Message herausgeboren werden. Als wir unsere Herzen öffnen mit diesen geheimen Orten in unserem Herzen. Und ich bete, dass du diese Lücke füllst mit deinem heilenden Geist. Und ich bete, dass täglich wir diese Entscheidung treffen, diesen Scham zu verschließen aus unserem Leben. In Jesus' Namen. In Jesu Namen. Amen. I was wondering, you know, these proclamations about who you are, who I am. Yes. Do you have a kind of a routine on a daily basis, how you proclaim them over you? Also diese Proklamationen, die du da betest, hast du da so eine tägliche Routine, wie du das machst? Yeah, I do. I'm a big believer in confessing. The Bible says faith comes by hearing. And so as much as I love reading the word of God, I love to hear the word of God. I think it's important that I hear it. I think it's important that my father hears it. But it's also important that the devil hears it. And so every morning when I wake up, I declare I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the head and not the tail. I am above and not beneath. I am the lender and not the borrower. And I am complete in him. And if, do you proclaim it even if you don't believe it in that exact moment? Yes. Yes. I declare, even when I don't feel it, It's more just feeling, because sometimes you wake up and you feel tired, you feel like you're worthless, but I still proclaim it. It's more than a feeling. And you know, it's like going to the gym. It's a habit you have to form. Yeah. It's like when you go to the fitness studio. It's like a routine. Spiritual habits. Spiritual habits. So today is day one of your spiritual habits. Yes. And even if you take the declaration I wrote at the end, And you can take it on your fridge. Put it on your fridge. Yeah. And declare it every day over your family. And declare it every day over your family. That's a cool idea, because we're at the fridge all the day. That's right. That's a cool idea, because we're at the fridge all the day. Some of us more than others. What about people who have something they are still struggling with and they want to confess it to someone? Whom would you recommend it to confess it to? Also was is, wenn ich Leute, wenn ich was habe, wo ich eigentlich mal bekennen müsste? Was würdest du sagen, wem soll ich das bekennen? Yeah. First of all, I think it's, we need to acknowledge that we are already forgiven. Also wir müssen erstmal verstehen, dass wir uns schon vergeben sind. So if you're not confessing to get forgiven, because Christ has forgiven our past, present and future sins. Also du bekennst das nicht, um die Vergebung zu holen, weil es ist schon vergeben. He doesn't need to go to the cross every time we mess up. Jesus muss nicht jedes Mal ans Kreuz gehen, wenn wir wieder Scham haben. But human nature needs Affirmity. We need the fact that people can help us and strengthen us. So it's important that we do share it with others. Aber wir als Menschen brauchen diese Bestätigung. Also es ist wichtig, dass wir das auch mit anderen teilen. But the key thing is that they're a Christ follower. Und der Schlüssel ist, dass du ein Jesus-Nachfolger bist. Und dass die Person auch, du ihr vertrauen kannst. Das ist wichtig, wenn du diese Scham teilen möchtest. Vielen Dank für deine Worte, deine Weisheit und dass du dich vom Geist leiten lässt. Danke. Es ist eine Ehre hier zu sein. Gott segne euch. Vielen Dank.